Was ist die Demonstration? Was ist die Demonstration in Luxemburg so organisiert wird, dass die Prädatoren verschont werden, weil sie sowieso nur weggeschmissen werden. Und wenn jemand in den Wald geht und sein Reh und sein Schwein schießt, weil er Fleischesser ist, damit müssen wir leben. Aber wir müssen nicht akzeptieren, dass die Natur und die Tierwelt zerstört wird. Deshalb ist das hier nicht die erste und nicht die letzte Aktion. Vielen Dank.